herzlichen dank für die einladung ja luftdichtheitskonzept bei großen gebäuden gibt es da ein luftdichtheitskonzept ich sehe es eher als eine große zusätzliche aufgabe für uns alle die wir uns mit luftdichtheit beschäftigen die qualitätssicherung auf dem bau auch mit einzubringen ja alles weitere später ich sehe also ich selber bin war ja blower door gmbh beziehungsweise bei der ingenieurgemeinschaft bau energie umwelt in springer-eldachsen die ingenieurgemeinschaft ist ursprünglich die herkunftszelle von der blower door gmbh die haben irgendwann von weit vor meiner zeit angefangen die gebläse zu importieren und in europa zu vertreiben das heißt die beiden unternehmen hängen direkt sehr eng zusammen ich mache technische unterstützung für die blower door ich mache in der entwicklung für die blower door gmbh mit und ich mache aber auch blower door messungen messunterstützungen für kunden und blower door messungen eigenständig bieten wir an um in der erfahrung zu sein und in der praxis ja vertreiben tun wir alle systeme von luftdichtheitsmessgeräten beziehungsweise bei der präzisierung nach vielen jahren ist mir aufgefallen dass wir natürlich nur luft und wichtigkeiten messen können auch wenn es immer von luftdichtheit die rede ist wir versuchen so möglich wie luftdicht zu werden aber wir messen die verbleibenden undichtigkeiten das ist jetzt der minifan das kleine handliche gebläse vor allen dingen mehrfamilienhaus wenn die wohnungen einzeln gemessen werden müssen was wir in deutschland noch nicht so haben daneben volumen strombestimmung zur einmessung von lüftungsanlagen von zu und ab luftventilen von lüftungsanlagen druckkompensiertes messsystem auf basierend auf eben diese mini fan mit dem dg 700 was zum produkten gehört und dann noch dazu die haube mit entsprechenden hintergrundwissen und die dichtheit von lüftungskanälen vorwiegend im wohnungsbau aufgrund der größe ist aber auch geeignet für jegliche messung kleiner volumenströme ganz hervorragendes genaues gerät das micro leakage meter ja das sind aktuell unsere tätigkeiten bei der blower gmbh ansonsten möchte ich darauf hinweisen wir kümmern uns und ja wir unterstützen die sustainable development goals von der un beschlossen und nachhaltigkeit ist gewünscht und das ganze wenn man das durchdenkt betrifft das viele bereiche des lebens nicht nur die energie und den energieverbrauch und energieeffizienz und ja letztlich heißt es ja wenn wir hier in diesem land in unserem land deutschland irgendwie nachhaltig leben wollen müssen wir unseren energiekonsum auf ein zehntel oder ein zwanzigstel runter fahren wenn wir die energiequellen im eigenen land haben wollen das ist so das ziel wo wir darauf hinarbeiten was wir auch mit allen transport wegen berücksichtigen sowohl lieferkette versuchen wir das zu berücksichtigen als auch personen transport jetzt die frage was ist ein großes gebäude wer hat eine klare aussage gibt es hier in der schweiz eine klare aussage was ist ein großes gebäude also wir haben ja die alte klassische zahl 4000 kubikmeter in der en 13 829 und ab dann darf ich mit 25 pascal die die messung durchführen mehr steht ja auch nicht drin ist also auch eher eine pragmatische zahl aber keine regulative wir haben in der energie einspar verordnung von 2014 da haben wir jetzt die vorgabe ab 1500 kubikmeter luftvolumen des gebäudes ab da sind wir gehalten auch noch den q50 zu bestimmen den hüllflächen bezogenen volumenstrom nicht mehr nur die luftwechselrate des inneren luftvolumens sondern auch den q50 das ist ja sinnvoll das ist ein guter schritt in die richtige richtung die grenzwerte sind sehr tolerant da kann man noch ein bisschen ambitionierter werden ja ansonsten großes gebäude äußert sich wahrscheinlich eher in der nutzung wir haben zwar auch im wohnungsbau große gebäude aber sind ja eher gewerbliche bauten nicht wohnbauten die in die große kubatur kommen das luftdichtheitskonzept die inhalte sind bei uns dargestellt im leitfaden luftdichtheitskonzept konzept erarbeitet vom fachverband luftdichtheit im bauwesen in kooperation mit der kfw dazu ein bisschen geschichtlich die kfw kreditanstalt für wiederaufbau macht bei uns ja die förderung für sanierung und neubau haben irgendwann festgestellt sie fördern eine menge aber die qualität auf der baustelle ist schlecht haben langsam angefangen qualitätssicherung mit einzufordern haben dann langsam angefangen das einzufordern was eigentlich ohnehin geschuldete leistung auf der baustelle sein sollte angefangen hat es mit dem hydraulischen abgleich der bei uns in deutschland seitdem schon ein begriff geworden ist der vorher überhaupt nicht berücksichtigt wurde und auch mit dem luftdichtheitskonzept die luftdichtheit ist zu planen wurde festgelegt da ging die unruhe los bei unseren energieberatern bei unseren planern was ist ein luftdichtheitskonzept was muss ich da jetzt liefern was ist da die pflichtleistung fürs luftdichtheitskonzept flip und kfw haben sich zusammengesetzt haben den leitfaden luftdichtheitskonzept erstellt in dem grundsätzlich und sehr grob alles dargestellt ist was drin sein muss ist eindeutig keine luftdichtheitsplanung noch nicht aber als leitfaden kann man sich daran halten und ein übergabeblatt an den selbst bauleitenden bauherren weil die kfw förderung auch viele baustellen betrifft wo kein architekt die bauleitung hat im sanierungsbereich weiterhin gibt es jetzt das grobkonzept das wird demnächst veröffentlicht was im grunde die gesamte vorplanung betrifft für ein gebäude als beispielkonzept wie es auszusehen hat ein beispieltext mit den erläuterungen am rand wie es geschehen sollte die inhalte aber die haben wir eigentlich schon in der dien 4108 wir haben die dien 18005 heißt sie glaube ich für elektro luftdichte elektroinstallation da sind die praktischen bereiche davon ebenso berücksichtigt die finden wir also in mehreren quellen so dass sie auf der baustelle ja eigentlich schon ordentlich angekommen sein sollten und in der dien 4108 teil 7 ist es präzisiert dass luftig die luftdichtheitsschicht ist sorgfältig zu planen auszuschreiben und auszuführen die arbeiten sind zwischen den beteiligten am bau zu koordinieren was ist das klare planer leistung das macht sollte normalerweise der architekt machen in kombination mit der bauleitung nun was gehört da rein ins luftdichtheitskonzept und an der stelle unterscheiden sich die kleinen gebäude von den großen gebäuden grob erstmal nicht außer in den bauteilen die wir haben die zieldefinition es muss erstmal festgelegt werden was soll erreicht werden das volumen und die hülle wo ist die beheizte hülle zu ende wo ist sollte die luftdichte ebene untergebracht werden festlegen aller relevanten details durchdringungen gewerke übergänge haustechnik und anschlüsse beschreibung der luftdichten ebene die lage und die materialien da geht es dann in die detailplanung aber es gehört auch dazu die bauüberwachung sicherzustellen dass da jemand die bauüberwachung macht der sich mit dem thema bitte schön auskennt und der weiß worauf zu achten ist wir alle hier im raum wissen erkennen eine schlechte verklebung wissen wie das geht außer praxis ist aber auf der baustelle noch nicht unbedingt so angekommen ja und am ende die prüfung und dokumentation des ergebnisses das ganze zieht sich über den ganzen bauprozess von der entwurfsplanung ausführungsplanung bis in die baubegleitung hinein muss sichergestellt sein dass da eine qualitätssicherung da ist wir machen das mit unserem ingenieurbüro dass wir auch qualitätssicherung anbieten für baustellen für bauprojekte wo wir den architekten begleiten im planungsprozess um zu einer guten luftdichtheit zu gelangen das erste ist man muss erst mal fragen sie kennen es wahrscheinlich auch hier in der schweiz genauso kriegen auftrag kommen sie mal blow oder test machen ich muss ein blower test bestehen und sagen sie mir bitte welche grenzwerte muss ich einhalten kommt dann also vom architekten erst mal nichts so dass man dann erst mal fragen muss wo ist denn der grenzwert was muss denn eingehalten werden haben wir hier jetzt auch schon bei der bewertung von leckagen erstmal muss die aufgabe die messaufgabe klar sein es gibt verschiedenste anhaltspunkte die energieeinsparverordnung ist für uns verpflichtend gesetzlich die in 41 08 teil 7 ist daneben informativ überwiegend eher und dann gibt es alle möglichen label hier minergie passivhaus deutsche gesellschaft für nachhaltiges bauen und der internationale verband dazu lied die da für das einzelne bauvorhaben eine anforderung gestellt haben möglicherweise ja und warum wird der grenzwert angesetzt hatten wir heute auch schon bauschadensvermeidung ist ein aspekt unter bauschadensvermeidung hatten wir heute morgen den aspekt bei tiefkühllagern ist eine ganz andere betrachtungsweise wieder als bei wohngebäuden energieeinsparung funktion von lüftungsanlagen die großen gebäude sind eigentlich alle mit großer lüftungstechnik ausgestattet behaglichkeit und arbeitsplatzqualität für büroräume also kalte füße beschwerden gibt es auch immer wieder oder hohlboden doppelboden durchströmt schadstoffe eintrag und austrag die rein raumproblematik da kriegen wir ja noch einen vortrag zu und geruchsübertragung also auch im zusammenhang mit der schadstoffübertragung luftdichtheit zwischen produktions und aufenthaltsbereichen maximale arbeitsplatz konzentrationen der erste schritt ist ja immer wo ist die luftdichte ebene hatten wir eben auch wenn ich eine leckage bewerten soll ich muss erst mal wissen was ist die luftdichte ebene eigentlich wo liegt die eigentlich vorher kann die brauche ich da überhaupt nichts zu sagen wenn die luftdichte ebene nicht klar ist selten mal kriege ich solche pläne auf den tisch wo schon klar gemacht ist welche zonen sind wie beheizt wo sind trennzonen wo sind trennbereiche dazwischen normalerweise sind die pläne sauber schwarz weiß keinerlei markierung wo sind die grenzen ja so sollte es aussehen und das ist eigentlich auch schon der erste schritt im luftdichtheitskonzept wenn wir das als beratende als berater machen den architekten einfach zu drängen hier wo ist die luftdichte ebene weil ansonsten weiß auch keiner im weiteren bauprozess wo muss irgendwie luftdicht rangehen allein der haustechnikplaner muss die rote linie haben damit er überhaupt die haustechnik in den anschlussbereichen durch die gebäudehülle sauber planen kann der zweite punkt festlegen welche details sind jetzt wichtig bei diesem gebäude was ist hier was fällt mir auf wo sollte genauer hingeschaut werden die anschlüsse durchdringung gewerkeübergang und haustechnik einfach mal in allen schnitten und grundrissen durchgehen und die auf die auf die problemzonen hinweisen wo eine gute detailplanung auch hinsichtlich der luftdichtheit erfolgen muss damit es nachher gelingt in der ausführungsplanung des gebäudes wird das dann weiter präzisiert wir haben erstmal volumen und hülle ist ist klar wir zoomen ein bisschen ran wir sehen ein bisschen mehr mit unserem fachwissen können wir sagen ja hier den punkt will ich mal genauer sehen gucken wir uns das detail an das ist die detailplanung wie sie vom architekt kommt wenn wir ihn dann bitten die luftdichte ebene noch einzuziehen dann kommt da irgendwo ein roter strich rein manchmal folgt der rote strich dann auch irgendwo quer durch die konstruktionen und spätestens an der stelle wird offensichtlich hier fehlt jetzt ein anschluss irgendwie muss rot zu rot also sitzen wir dann mit dem architekten gemeinsam am tisch was denn hier eine geeignete verbindung welche materialien da wieder verwertet verwendet werden da möchte ich dem architekten alle freiheit lassen das kann der entscheiden wie der auch wieder das im bauablauf unterbringt da kennt er sich besser mit aus als ich der ich messtechniker bin aber es muss klar sein hier muss die verbindung da sein und er muss mir mit seinem detail glaubhaft machen dass die so ausführbar ist in technik in der technik haben wir dann ein paar leckagen die wir zwangsläufig haben die wir nicht umgehen können das hatten wir heute schon rolltore luftdichte als klasse zwei oder bestenfalls drei habe ich mal eins gesehen mehr gibt es nicht und was war das sie waren beim q50 von zwölf glaube ich die besten von denen ich habe mir jetzt nicht mehr im kopf also klasse zwei war zwölf und klasse drei ist dann sechs kubikmeter genau die halbieren sich ja immer und ja wenn ich mit dem q50 von zwölf anfange und dann aber mein bauherr mir sagt er möchte nach dgnb zertifiziert sehr gute gebäudehülle haben dann gibt es da schon schwierigkeiten aus deutschland gucke ich dann ja auch immer ganz fasziniert hier in die schweiz wo es dann auch noch ein messkonzept gibt und wo sich da schon mal vorher jemand gedanken drüber machen darf wie man denn damit umgeht und ob das geht ja elektroinstallation ist das gleiche letztlich saubere qualität mit einzeln durchführung aller elektro leitungen hin da müssen wir darauf hinweisen das müssen wir im blick haben und die erfahrung ist das das ist das bei uns zumindest die baubeteiligten bisher noch nicht so richtig gut im blick haben wenn man ihren fokus darauf setzt dann klappt es kann in der regel wenn ein guter bauleiter das im fokus hat dann klappt es aber es muss erstmal darauf hingewiesen werden und dann auch kontrolliert werden ja küchenabluft große volumenströme was passiert denn damit wo kommt die nachströmluft her ist das alles im konzept drin ist das geplant hat das eine auswirkung auf unsere luftdichtheit in dem fall oder nicht mindestens bei den durchdringungspunkten durch die luftdichte ebene aber wie verhält sich dieser raum sind fragen die im planungsstadium geklärt werden müssen aufzugsentrauchungen stand der technik ist ja leider immer noch ich glaube zur hälfte inzwischen nur noch so ein loch oben am aufzugsschacht über dach der offen ist und den wir für die messung dann zukleben sollen weil wir ja die gebäudehülle und nicht die löcher messen sollen nach deutscher auslegung der nf und das ist ja feuerschutzrechtlich relevant deswegen muss das loch sein dass es dafür aber klappen gibt die da auch eine viel bessere nutzungsqualität des gebäudes erlauben ist noch nicht berücksichtigt das muss rechtzeitig im planungsprozess besprochen werden wie geht wird damit umgegangen schächte wir gehen quer durchs gebäude über die ganze höhe es gibt thermik da drinnen wie sind sie oben abgeschlossen gehen die rohre durch sind das möglicherweise zu luftschächte für ein heizungskeller der unten sitzt habe ich jetzt kalte luft die quer durchs gebäude erstmal strömt nur damit unten im heizungskeller verbrennungsluft ankommt sind planungssachen die frühzeitig im planungsprozess besprochen werden müssen wenn wir da nur noch für die messung kommen lässt sich da nichts mehr dran ändern wir haben dann auch die lüftungsanlagen wo sind sie aufgestellt wieder welches zusammenspiel haben sie mit der beheizten hülle stehen sie in der beheizten hülle außerhalb wie sind die anschlüsse haben wir großflächige luftansaugungen ja und die dichtheit von den lüftungskanälen ist in dem augenblick eigentlich auch eine betrachtung die bauüberwachung also ich war ja ganz fasziniert heute morgen von dem Ultraschallgerät mit dem man auch leckagen finden kann wenn die gebäudehülle noch nicht zu ist wir können ja erst messen wenn die gebäudehülle zu ist mit Ultraschall könnte man auch schon vorzeitig mal messen bei den großen Gebäuden haben wir aber ah ne das kam nachher die bauüberwachung erfolgt großteils aber der Sichtkontrolle das meiste kann ich mit dem bisschen Erfahrung was ich über die Jahre angesammelt habe sehen hier Verklebung da wurde die Dichtheitsebene Dampfsperre auf dem Dach über die Attika gezogen anschließend kam dann nochmal der Notüberlauf vom Dachdecker durchgeschossen nachdem vorher alles mal dicht verklebt war wir müssen ständig im Bauablauf sein also alle drei bis vier Wochen gehen wir über so eine Baustelle drüber ja einzelne Undichtheiten Folienverklebung der Untergrund war nicht geeignet hier im Bauablauf eine andere Attika da war kein Gerüst aus es konnte nicht verklebt werden ja ja das machen wir dann und zwei Monate später hingen die Betonplatten davor man konnte noch dahinter greifen mal anheben war noch nichts verklebt Betonplatten kamen wieder runter Sichtkontrolle wie ist das hier mit den Fensterelementen Fertigelemente dicht zusammengestoßen hat es geklappt oder kommt da noch kann möglicherweise später noch eine Leiste drauf kommen aber erstmal ist es jetzt im Augenblick ein offener Punkt und ob die Leiste dicht ist weiß ich jetzt noch nicht deswegen wird es erstmal dokumentiert ja die Verklebungen sind sie beschädigt sind sie überhaupt rundum angebracht oder hängt da nur ein loser Lappen drüber der erstmal den Eindruck macht von außen sei dicht und wo es dann spannender wieder wird bei großen Gebäuden habe ich Bauteile die sich vielfältig wiederholen auf der Baustelle und da lohnt es dann auch einen Mockup zu stellen einen Schutzraum dahinter zu stellen und hier ist die Tür wo wir die Blower Door eingebaut hatten da haben wir dann einmal geguckt dies Pfostenriegelsystem was hier eingesetzt wird wo sind die Problemstellen klappt es, klappt es noch nicht oder es ist ein Bau mit einer Anforderung von Q50 von 0,6 soll der erreichen am Ende deshalb war das bitter nötig das nochmal auszuprobieren weil Pfostenriegelkonstruktionen Sie wissen es sind Hohlraumsysteme vernetzte Hohlraumsysteme wenn ich unten Außenloch habe und oben Innenloch habe dann strömt es durch und ich weiß nicht warum deswegen ist es sinnvoll die rechtzeitig mal zu testen mit den Handwerkern mit dem Bauleiter damit dann auf der Baustelle das Wissen überhaupt da ist wie gehe ich mit diesem Industrieprodukt was ich geliefert bekomme um, wie baue ich das ordentlich ein dass es am Ende funktioniert ja, eine andere Bauüberwachung vorgezogene Messung im Bauzustand hier jetzt bei einem Schwimmbad in Holzkonstruktion Sie sehen oben die Holzträger da war auch noch eine Holzmassivplatte als Dachkonstruktion obendrauf dann erst die Dämmung also die Holzmassivplatte im Innenraum es war schon offensichtlich Luftdichtheit ist dort wichtig muss eingehalten werden der erste Versuch ist auch mächtig daneben gegangen auch dagegen hat der Holzbauer nochmal einzelne Fassadenelemente runtergenommen und zwei Stellen aufgemacht danach war dann beim Test ein gutes Ergebnis natürlich auch immer wieder provisorische Abdichtungen zu den restlichen Gebäudeteilen wenn es noch nicht fertiggestellt ist und genau hier 0,6 war der Wert der erreicht werden sollte für ein Q50 es wurde ein Q50 von 0,3 erreicht mit der Qualitätssicherung und ein N50 für dieses Volumen von 0,01 war mal ganz zufrieden mit und aber auch hier bei der Leckagebewertung es kann trotzdem sein dass es einzelne Leckagen gibt die zu Bauschäden führen könnten also es wurde schon alles mit dem Hubsteiger abgegangen und die einzelnen Leckagen angesprochen in dem Fall ja am Ende steht die Abschlussmessung unsere Erfahrung ist bei einer Qualitätssicherung sind die Ergebnisse sehr gut und es lohnt sich wenn man eine gute Qualität abliefern möchte auf der Baustelle als Architekt dann sollte man sich ein Luftdichtheitskonzept entwickeln wenn man das nicht selber entwickelt sollte man einen Fachmann dazu holen der das für einen macht Punktlandung ich danke sehr Vielen Dank.